Informatikdienste der Stadt Bern. Wir sind eine moderne und attraktive Abteilung mit hohen Werten und zuständig für die Informatik der Stadtverwaltung Bern. Ob mit der S-Bahn direkt beim Bahnhof Bümblitz Nord oder dem Tram bei der Haltestelle Bethlehem-Säge, ist unser Gebäude mit den öffentlichen wie auch mit privaten Verkehrsmitteln bestens erschlossen. Das Arbeitsumfeld befindet sich in zeitgemäßen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten. Unsere direkten Kunden sind die Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung, die Volksschulen und Kindergärten sowie die städtischen Betriebe. Mit unseren smarten Lösungen unterstützen wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen für die Berner Bevölkerung. Wir bieten vielseitige und interessantere Herausforderungen mit neuesten Technologien an. In den Teams arbeiten unterschiedliche Fachleute eng und zielgerichtet zusammen. Eigenverantwortung, flache Hierarchien und flexible Arbeit sind bei uns selbstverständlich. Wir bieten Raum für informellen Austausch auch mit Kunden. Unsere hochqualifizierte und engagierte Truppe von Vollzeitlern, Teilzeitlern und Lernenden schätzt ihre sinnvolle Arbeit. Und für den Ausgleich stehen einige Freizeitangebote in nächster Nähe zur Verfügung. Haben wir dein Interesse geweckt? Wir suchen qualifizierte, engagierte, menschlich und fachlich kompetente Mitarbeitende, die zu uns passen. Informatikdienste der Stadt Bern. Die moderne Informatikabteilung im Geografischen Zentrum von Bern.